Die ersten Schritte am Bärensee auf Karpfen sind gar nicht so leicht. Bei der Riesenauswahl an Ködern, Boilies, Mais, Dips und was nicht alles, Futter mischen und PVA, da ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das Richtige zu finden. Eine Möglichkeit, die ganz simpel funktioniert, zeige ich dir hier. Und da zuppelt es auch schon wieder. Und da haben wir jetzt quasi den vierten Kandidaten dran. Und da zuppelt es auch schon wieder. Sehr gut. Also Frequenz ist da und es klappt ganz gut hier an der Stelle. Ich bin gespannt, was da alles reingeht und vor allem wie groß die Brocken sind, denn ich bin hier mit ganz kleinem Setup unterwegs. Ja, ein paar kleine Ballern bestimmt auch noch rein. Kleines Setup, feines Setup. Das heißt, ich bin hier jetzt gerade nicht mit den dicken, fetten Karpfenrouten unterwegs, sondern hier mit der Basis sozusagen, mit der Kaliber HSV als Rolle. 19 Kilo, Monoschnur drauf. Dann hier das LED-Core mit 18 Kilo und das Vorfach, das geflochtene Vorfachsmaterial mit 18,1. Und das Ganze hier auf der dicken, fetten Fiederroute mit, ja gut, 30 Kilo. Also das ist schon High-End-Fiederroute. Das heißt aber vom Gesamtsetup, wenn man sich also jetzt hier gerade mal so was wie eine HSV gegönnt hat, dann ist das jetzt ja hier gerade der Schwachpunkt sozusagen am Set. Danach orientiert sich das gesamte Set. Und dementsprechend sind dann eben auch die Schnur und die Vorfächer gewählt. Also, wir sind hier, wie gesagt, vom Setup her mit einem HSV-Setup. Egal also wie schwer die Route ist, ob das jetzt eine Fortuna Karp ist oder jetzt hier so eine dicke, fette Fieder, macht keinen Unterschied. Wichtig ist, wie gesagt, das Setup muss abgestimmt sein auf die HSV. So, und jetzt ziehen wir es mal eben hier ran. Die Brocken, es sieht schon echt ganz gut aus. Das Setup, wie gesagt, ganz simpel. Es ist Pop-Up-Rig. Das Pop-Up-Rig und das Pop-Up-Rig mit Pop-Up-Mais. Also, mit den ganz normalen Maiskörnern. Der Euro-Jens hatte das im Discord geschrieben. Meine Alten, guck mal hier. Auf 22... Wollah, weiter werfen. Auf 22 Meter, es sieht doch ganz gut aus. Und ich habe mir gerade gedacht, komm Alter, das ist doch genau das Richtige für jetzt. Ich war schon lange nicht mehr am Bärensee. Gucken wir mal eben, wie es denn hier so abgeht. Ja, und es sieht echt gut aus. Also, in der kurzen Zeit jetzt hier 5 Minuten. Das waren jetzt hier die ersten 3 vor der Aufnahme. Und jetzt geht es auch gerade schon hier weiter. Zack und next. Lüppt der Lachs. Kann auch gerne so weiterlaufen. Und sie werden tatsächlich auch ein bisschen größer. Gar nicht so schlecht. Und das Schöne ist, es ist einfach nur Maiskorn ohne Futtermische, ohne alles. Kein PVA, keine besondere Mische halt reingeschmissen. Es ist einfach nur Mais, Muschelmais und Gibim. Das ist es. Mehr nicht. Vor Wochen und Monaten hatte ich ja schon verschiedene Anfänger-Tutorials gemacht. Auch hier für den Bärensee. Auch da schon die Maiskörner immer mit erwähnt. Also Standard ist sowas wie Kokossahne auf jeden Fall testen. Muschel gehört auf jeden Fall mit dazu, weil auch da gerne mal die Barbe mit reinballert. Und ihr seht, auch hier gehen gerade die etwas dickeren rein. Himbeermais, auch den immer mal wieder mit testen. Das heißt, wenn man sich mal so eine kleine Auswahl an verschiedenen Maisfeeds, an verschiedenen Maiskörnern gönnt, und dann, wie gesagt, auf jeden Fall Kokossahne, Himbeermuschel. Das sind somit so die wichtigsten, würde ich sagen. Und damit erstmal testen, was denn hier so geht. So, jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen vorsichtig drillen. Ich mache mal ein bisschen lauter, dass man auch die Bremse noch hört. Wenn er ziehen will, dann lass ihn ziehen. Macht ja jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt dagegen kurbelst oder nicht. Also ja, es macht einen Unterschied, denn wir erhöhen natürlich den Verschleiß auf der Rolle. Wollen wir nicht. Wir lassen ihn jetzt erstmal schön ziehen. Jetzt hört er so langsam auf zu ziehen. Ich halte mal so ein bisschen hoch, dass er es jetzt ein bisschen schwieriger hat. Was sagt die Bremse? Ja, komm, dann können wir noch ein bisschen höher gehen. Dann gehen wir mal auf Max. Und dann kurbeln wir mal langsam rein. Und wenn er wieder abzieht, dann lassen wir ihm die Zeit. Das ist ja das Angenehme. Man kann halt das Drillen wunderbar hier üben mit den dicken, fetten Brocken, weil die ja hier jetzt nicht so super agil sind. Wenn man das jetzt irgendwie schlagartig dann machen würde mit einem Timen, Königslachs oder irgendwas, die halt richtig Gas geben und deutlich schneller sind, auch mit den Kopfschlägen oder sowas, dann ist man natürlich da schnell überfordert. Hier hat man ja Zeit. Guck, jetzt geht die Spannung zurück. Ich kann wieder anfangen zu kurbeln. Das ist halt relativ entspannt. Und da muss man auch nicht die ganze Zeit durchkurbeln, dass man diese Kopfschläge ausgleichen kann. Ja, es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Gar nicht verkehrt. Kann auch gerne so weitergehen. Vor allem, wie gesagt, einfach nur auf dieses ganz Billige. Das ist halt das Allergeilste. Einfach nur Maiskorn, also diese doppelten Maiskörner sind das ja. Dip rein, Muscheldip auf 22 Meter hier und gib ihm. Das ist das Allerbeste. Nicht mal Futter mische machen. Das ist super. Da versaut die Futter mische wahrscheinlich noch den Spot. Wenn man irgendwann Bock hat, also wenn das hier weniger wird, dann werfe ich auch Futter mische rein. Also wenn ich jetzt hier gleich stehe und es ballert nichts mehr rein, dann teste ich gleich nochmal Futter mische und gucke, ob wir damit dann noch was anderes anlocken können. Vielleicht sogar eine Baben mische reinschmeißen. Kann ich mir auch gut vorstellen. An der gleichen Stelle einfach mal testen, ob nicht auch die Barbe geht. Dann muss man das Setup gar nicht großartig umbauen, sondern wirft dann hier an die Stelle einfach die Baben mische. So, Alnur, komm mal ran. Die anderen Routen wollen auch. Das war bisher nicht schnell. Also ich denke nicht, dass es ein Amur ist, der hier gerade dran ist. Spiegelkarpfen, Schuppi. Gucken wir mal. Und dann gehe ich natürlich gleich nochmal ein bisschen detaillierter auf Setup ein. Gehen wir alles nochmal gleich schön detailliert durch. Aber die kleinen Brocken, die ziehe ich nochmal eben raus hier. Die anderen ziehen ja nicht so sehr ab. Gehen zumindest auch nicht in die Rolle rein, ne? Ne. Da geht gar nichts. Also das sind irgendwie zwei Kleine, die nur Stress machen wollen und wollen uns hier stressen beim Drill auf dem großen Brocken. Uncool. So, komm ran. Mal ein bisschen was trinken. Und dann kommen sie. Ja, immer mal wieder geil, tatsächlich auch mit so einem leichteren Setup hier zu stehen. Wie gesagt, 18 Kilo Vorfach ist natürlich nicht der Oberburner fürs Karpfenangeln. Aber es ist eben auch machbar, ne? Viele hier gerade am Bärensee, viele Karpfen sind ja auch mal so im Bereich, ich sag mal so bis 15 Kilo. Damit deckt man ja ganz viele aus dem Kescher ja eigentlich schon ab. Und von daher kann man eben auch mit den meisten, mit den meisten oder kommt man ja mit den meisten Karpfen hier ganz gut klar. Es sei denn, es ballert dann irgendwann mal so ein richtig dicker Brocken rein. Dann muss man da halt auch durch. Da haben wir doch schon was zu sehen. Das ist ein Schuppi, ne? Ja, das ist ein schöner Schuppi. Gar nicht schlecht, ey. Gar nicht schlecht, der Brocken. So, Alten, nun komm mal ran hier. Das sieht doch gut aus, ey. Solche Kandidaten. So richtig weit ist er auch gar nicht abgehauen. Konnte er gar nicht weg. Ja, 15 plus hat er doch, oder? Der hat doch schon fast glubsch Augen. Pah, knapp unter der 15. Aber nicht schlecht. Gutes Gewicht und man sieht es schon, wenn die Augen so richtig glubschig werden, dann ist er auf dem Weg zur Trophy. Nicht verkehrt. Top, Alten. So, schnell wieder raus damit. Halt, weiter werfen. Ich hab nur so 40 Gramm dabei hier. Warte mal, wir wollen mal so volles Mett auswerfen jetzt. Lass wir da ansatzweise in den 22 Meter Clip reinkommen. So, und jetzt hier die Lütten-Dinger auch nochmal schnell mit rausziehen. Zap, zarap. Und nochmal schnell was trinken, dass ich wieder Energie generiere. So, ja. Der kleine Schuppi, den kennen wir ja, den wollen wir nicht. So, raus damit. Und da ist gerade ausgeworfen und es geht direkt wieder los. Ist es krass? Das ist ja krass. So, schnell wieder raus damit. Das ist ja der Hammer. Oh, da ist sie, die erste Barbe. Jawollo, ey. Hab ich drauf gehofft und da ist sie auch. Tipptopp. 1,8er Barbe auf Muschel. Immer wieder gut, ey. Richtig gut. Das ist halt das Geile, wenn man eben mit der Muschel unterwegs ist. Und ich sag es noch, einfach mal auf Barbenmische testen. Und hier ist sogar der nächste Größere direkt wieder dran. Krass. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und geht schon sofort wieder los. Ist das wild, Alter. Ist das wild. Ohne großartig irgendwas reinzuschmeißen. Einfach nur die Muschel rein. Und gib ihm. Zack, direkt der nächste. Tipptopp, Alter. So schmeckt das doch auch beim Karpfenangeln. So kann man auch hier schön ein bisschen auf Frequenz gehen. Also, gucken wir doch mal schnell rein. Einzelhaken genommen. Gute Qualität vom Einserhaken. Und dann, wie gesagt, einfach nur hier Muschelgrün. Einfach beim Pop-Up hier unten auswählen. Muschelgrün. Mehr nicht. Kann man das mit der normalen Haarmontage, mit den Grundködern testen? Ja, und da würde ich dann allerdings ein bisschen kleiner reingehen von den Boilies. Gucken wir mal eben nach den Muschelboilies, wie die von den Größen sind. Muschelkrabbel, Muschelknoblauch. 10er, 16er. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. 10er, 16er. Ja. Oder dann hier vielleicht auch die auflösenden Krabbemuschel 15. Auch das wäre eine Möglichkeit. Heißt also, wenn er mit der Haarmontage hier steht, einfache Grundboilies. Auf jeden Fall dann eher mit diesen kleineren, mit den 20ern. Dann geht die Frequenz auch wieder deutlich höher. Ja, da ballern natürlich auch die dickeren Brocken rein. Aber wenn man mit so einem leichteren Setup hier steht, hat man eh noch nicht die richtige Power für die großen Brocken. Ihr habt ja gerade gesehen, so ein knapp 15 Kilo Schuppi macht ja schon ordentlich Radau. Ja, ich hoffe jetzt noch auf ein paar schöne Baben. Bisher bin ich super zufrieden mit dem Spot. Kann man gerne so machen hier. Gerade, wie gesagt, wenn man mit einem kleineren Setup hier noch steht. Alles einfach mitnehmen. Nicht schlecht. Dankeschön fürs Weiterteilen, fürs Teilen des Spots. Richtig, richtig gut. Was haben wir hier? Auch wieder. Jawohl. Ja, gut. Die kleineren ballern halt auch mit rein, ne? Ist halt so. Ist aber auch nicht tragisch. Wir nehmen einfach alles mit. Und dann ist der Hammer. Da geht es direkt wieder los. Also richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Ganz normaler Tag. 18 Grad haben wir. Ich glaube, es ist durchschnittlich sonnig vom Wetter. Wobei, das wusste ich ja heute Morgen noch nicht, als ich mich hier hingestellt habe. Ja, also. Durchschnittlich von der Temperatur auch. Nicht verkehrt. Ich würde sagen, ihr Lümmels zieht raus. Testet einfach mal die Stelle. So, ziehen wir nochmal eben den hier. Und ja, ich würde sagen, rausziehen. Kohle machen. Schön entspannt. Ein bisschen auf Karpfen kloppen. Und im Idealfall. Alter, geht es schon wieder los. Einfach zu krass. Einfach zu krass. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen. Tja, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 20 Uhr.